so leute ich hatte euch willkommen zurück zu der schlacht von korsum ja wir haben ja einiges vor wir haben aber das zwei unterdrückt passt doch die stücke fangt ja toll an fangt ja richtig toll an also hier ja wohl sehr schön na ich muss ihn ja tolle luftwaffe ok du kommst hierhin jawohl ich komme dahin perfekt sehr schön dann stücke an denen werden wir einfach weiter beschäftigen 13 bleibt mal so ich komme da gerade nicht raus die pack da ist schon ein problem die pack ist schon ein problem pionier 12 ja ich komme da nicht ran das ganze vergessen ich versuche mal das hier ja wunderbar sehr schön würde gehen perfekt du kommst hierhin du deckst den hier ab du deckst dann den hier auch automatisch ab gut dann wäre das schon mal gelöst wir haben jetzt etwas ja in einem wald rein zu gehen ist natürlich eine tolle idee wir könnten das ist jetzt wird es interessant jetzt wird es mir jetzt nur interessant zum token sehr ich ich Du kommst hier hin. Scheiße, da kann ich hier hin. Dann komm hier hin. Dann machen wir doch das. 1, 8, 0, 4. Okay, komm hier hin. Du hier hin. Okay. Nee, 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 lass ihn mal. Vielleicht lock ich ihn ja mit so einer Aktion da rein. Das ist eine weitere Pack. Könnte die? Ja, die könnte hier hin. Perfekt. Nee, ich hoffe, dass er vielleicht hier rein geht. Das wäre richtig gut. 1, 2. Machen wir das doch mal. Moment. Wo müssen diese drei Einheiten überhaupt hin? Nur mal so nebenbei. Also es muss bis zum Ende oder bis sich die Ziele erobert haben müssen, die überlebt haben. Okay. Gut. Ähm. Ja. Ja, dass er da so frei steht, das ist natürlich gar nicht schön. Ja, aber auf einem Gelände. Das wird gleich richtig wehtun. Und das ist hier, ist das auch eine Pionierenheit? Reguläre Infanterie. Ja, die wird ihm jetzt gleich über das eine reinhämmern, ne? Na, ist nicht zu vermeiden, ne? Gut, komm. Ah, diese scheiß Luftwaffe hier. Also. Ja, genau. Das ist ja so schwierig. Ach god, jetzt geht's gut. Inks ру歌. Ich hab ja gesehen, das ist locker. Ist石 was wärmt? Ja, da ist es locker. Ich hab ja gesehen, das ist locker. Oh, das ist locker. Ich habe ja gesehen. ok jetzt ist wirklich alle geboten weg zu kommen ja ich würde sagen den jäger verlegen wir jetzt nach unten war bisher nicht mehr nötig moment mal wenn ich dich hierhin schicke könnte ich dich vielleicht so verlegen dass du neben der eine rein wirkt ja wunderbar 1 2 sehr schön so kommen wir hierhin jawohl wunderbar hierhin so stücker kann ich jetzt hier aber nicht einsetzen nenne so ein sex ja ja das ist kein problem der haut den weg wow ja das ist richtig übel das ist natürlich richtig böse da steht eine park ok 16 mama noch nicht 19 du kommst mal hierhin das hier können wir machen nein auch warum steht da ist eine scheiß artillerie eine scheiß flack auch das ist doch nicht so fassen so hier weiter wir müssen gucken dass da oben ganz schnell irgendwas hinstellen ja weil das würde ich mir jetzt hier ein bisschen zu riskant langsam du hierhin artillerie mal hier drauf bitte das ist schon mal gut ja so du hierhin kommst hierhin dann kommst du hierhin die flack ne moment die flack kann hier noch drauf bringt noch nicht viel ratschützen ja komm okay du kommst dann gleich hierhin wir müssen irgendwie die einheiten daraus kriegen egal wie oder du kommst hierhin und dann machst du erstmal ne du bleibst erstmal noch hier ja dann gucke ich dass ich dich hierhin schicke du bleibst hier weil du machst das hier ganz gut hast du das jetzt da du kommst hierhin so die infanterie ja jetzt könnten wir das sogar machen eins sieben eins neun der wäre weg boah der gibt mir zwei schaden ne ja zwei schaden hat er mir gemacht scheiße ja gut aber er ist weg die linie hier ist gut kann hier so bleiben ja ärgerlich dass ich die jetzt nicht einsetzen kann aber warte mal du hast zwei da oben ist ein Bomber ja komm ja man trotzdem sind die so geschwächt dann können die nicht viel ausrichten so dann kann er jetzt hier nicht viel machen der panda schicken wir auch mal hoch und dann kann der panzer 4 hier die linie halten das ist okay dann kann ich die infanterie jetzt da oben das ist wahnsinn das ding hat kaum stärke und haut mir trotzdem so die visage weg ja jetzt habe ich ein riesenproblem jetzt sind meine einheiten ja angekesselt ja gut jetzt muss ich mit der luft war wieder hoch und das ja das ist jetzt ein riesenproblem jetzt muss ich auch aggressiver daran ja Luftwaffe kann ich nicht einsetzen toll danke dafür jetzt gibt es keine flussübergänge mehr nix mehr jetzt habe ich richtig probleme ja der kassel muss jetzt auf ja 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 hat es jetzt beschissen das ist jetzt richtig beschissen dann kann ich jetzt auch mal kurz runter klappen dann kann ich jetzt gerade auch mal heilen ist auch okay okay du bleibst hier du kommst hier hin du machst dann hier zu ja gut ich muss jetzt hier den kessel aufmachen das ist klar wird jetzt die nächste aufgabe sein jetzt hier den kessel öffne so zielhilfe plackenfetzer ja perfekt ja 19 ja noch war so dann gehen wir hier drauf wir gehen hier hin 1 8 ja komm so wenn man das hier hier hin okay wir haben den kessel habe ich gleich offen sehr schön und weg mit dir ja klasse der fahrt in den hinterhalt ich kriege es ab ja 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 das ist doch nicht zu fassen der rotz da trotzdem rein obwohl naja so hier ist was gekommen ok du hier drauf und du hier drauf gut aber muss hier rein das ist eine verdammte pack die ist unterdrückt kann trotzdem noch schießen ja sehr geil sehr geil es hat jetzt die frage wie machen wir das jetzt am besten ok hat nichts gebracht ihm perfekt dann machen wir das wir machen das wir machen das machen das boah die pack kriegt es nicht auf die reihe das ist nicht zu fassen ok gut ähm matelorie ok So. So, du hier hin. So, Thema Luftwaffe hier. Ja, müssen wir erstmal hier drauf. Das war gut, wunderbar. Das war weniger gut, aber okay. So, wir gehen hier hin. So weit er hier drüber. Zickt es hier ab. Okay, hier sieht es ruhig aus. Er muss diesen Scheiß Kessel dazu kriegen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal das Gebiet hier. Was sieht man denn hier? Gewaltmarsch bringt mir hier aber auch nichts. Der bringt mir im großen Teil meistens nichts. So, kommen wir hier hin. Wir müssen gucken, dass wir jetzt in der nächsten Runde hier dann aggressiver vorgehen. Jawohl, wunderbar. Perfekt. So. Zwei, fünf. Machen wir ab. Und packe hier hinten dran. So. Der T-34 da unten ist keine Gefahr. Gut, dann lassen wir mal die KI. Wo kommt jetzt wieder diese Luftwaffe her? Ah, das sind die, wo ich bestimmt eben nicht gekillt habe. Ja, mit Sicherheit. Hat der mir jetzt gerade fünf abgezogen? Ne, vier. Wahnsinn. Das ist zwar ärgerlich, aber jetzt ist er rausgerückt, der Idiot. Ja, sicher. Oh, komm, ey. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Oh, Mann, ey. Das war jetzt echt übel, dieser Treffer. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter. Bis dann und ciao.